Tag Leute, herzlich willkommen zurück zu The Journey, diesmal mit Spieltag Nummer 34 von 38, ja, ne, ja, oh, warte, so, muss ich mich mal wieder dran gewöhnen, den, die. Ich gehe davon aus, ihr seid vertraut mit der Tabellenlage. Vor einigen Monaten hat Andy, ähm, Mr. Butler, von der eventuell möglichen Titelchance gesprochen. Dank euch allen hier kann diese Möglichkeit nun tatsächlich Wirklichkeit für uns werden, weswegen ich jeden von euch bitte, allen, wirklich alles zu geben bis zum Saisonende. Ich bitte jeden von euch zu glauben, an euch selbst und an jeden von euch. Die Erwartungen unserer Fans sind extrem hoch. Sie leben dafür, dass wir für sie Trophäen holen. Bleibt konzentriert, bleibt in Form und in wenigen Wochen haltet ihr vielleicht die Premier League Trophäe hoch. Und vielleicht werden eure Namen für immer in die Geschichte dieses großartigen Vereins eingehen. Das ist die Phase, in der Meister geboren werden. In der Geschichte geschrieben wird. Also geht da raus und holt euch was euch gehört. Ja, sie hat sie gesagt. In wenigen Wochen kann es soweit sein. Äh, wir mit der Trophäe oben. An der Welle, oh, geil, Arms. Eila. Ja. Ja. The Family, Stainu, oder was stand da? Also, nicht mehr lange äh, geht das hier. Ja, gut 50 Parts, also vielleicht auch direkt 50 Parts oder so. Aber, wie gesagt, tolle Ansprache eben von Susan. Hm. Ja. Ach, komm. Sehr schön. Hm. Ah, schade, komm. War ein bisschen zu weit. Kapué. Clean. Sewage. Passiert, komm. Weiterholen. Äh, weiterholen. Weiter jetzt. So. Neon. Neon. Toller Pass. Aber, Rino. Ne. Aber, kurios. Ruhig. La Lana. Aha. Ah, la. Alexander. Leva. Jetzt müssen sie auffassen. Aha. Ja. Schade. Schöner Schuss. Oh Gott. Komm, Leute. Ab dir. Ah, sehr schön. Komm. Ja, sehr schön. Oh. Komm, weiter. Na, das war ein bisschen blöd. Holle Bass. Oder Holle Bass. Ich glaub aber Holle Bass, ne? Hat er jetzt zumindestens. Meines Wissens. Wie gesagt. Hast du. Komm. Zu weit vorgelegt. Ach, ein Unentschieden. Aber, sehr schön. Alter, sehr schön. Sehr schön. Und? Nein. Ach. Ha. Ich glaub, Manu hat gleich zweimal gepatzt. Und? Oh. Alter. Was wird hier Zeichen setzen, ey? Hä? Elfmeter? Hä? Okay. Hunter. 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 Sehr schön. Ruhig geblieben. Hunter. Sewage auf seinen Rücken. Ah, cool. Thumbnail. Boah. Richtig schön ruhig geblieben. Ja. Ja. Sehr schön. Alter, da hinten, ey. Das sieht so geil aus, find ich. Ja. Was sind unsere? Der in Grau ist Jürgen Klopp, ne? Die Lücke. Ah, hier rum. Der Halber. Sehr schön. Leider geht's. Ruhig. Sehr schön. Sankt ihr noch was, Hunter? Hunter. Ah. Mist. Okay. Ja, das war sehr unnötig. Bei Berückschau. Ah, komm. Ruhig. Ja. Warte. Ja. Benhard. Ah, sehr schön. Hunter. Sehr schön. Sehr schön. Er sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke... Oh. Ja, das war abseits. Ah, das war abseits. Okay. Sehr schön. Ah, der hat diesen Gombus. Der in Hoffmann echt fehlgeschlagen hat. Nur Ersatz war, ne? Meines Wissens. Hm. Sehr schön. Sehr schön. Schöne Vorlage, ey. Ja. Alter. Ja. Ne Chance. Ja. Äh, was? Wir haben einen Punkt Vorschung jetzt. Vier. Das reicht locker nicht. Vier. Meisterschaft. Ja, schlecht ist Timing, ja. Aber naja. Komm. Sehr schön. 93 Pässe. Das dauert nicht mehr lange, denn... Kann... Äh... Menü uns nicht mehr einholen. Ah. Das ist ein schönes Tor gemacht. Das war... Ja. Das war gut gemacht. Ja. Aber... Sehr schön. Sehr schön. Komm. Ja. Sturridge. Sturridge. Und jetzt der weite Baller von Sturridge. Ah, ja. Boah. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Alex Hunter. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass und Pass und Pass und Pass. Und das mit einer solchen Sicherheit. Sensationell. Ach so, hast du durch, durch. Und jetzt Hunter mit dem Ball. Und? Jetzt. Nein. 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 Chancen vergeben. Ah. Ach. Schade. Auf zwei Tore erhören? Sagen wir mal, wie das Spiel guckt der denn? Ich denke, die Entscheidung geht in Ordnung. Ja. Okay. Sebastian Brödel. Das könnte gefährlich werden. Hm. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Sehr schön. Schöne Spielerei. Könnte was werden. Coutinho. Natürlich ist sehr schnell. Ah, Mann. Ah, ich wollte ein bisschen noch hoch und dann, dann in der Ecke schießen. Oh Gott. Es gibt im Moment einige Transfergerüchte um Alex Hunter. Da weiß irgendwie so keiner, was wirklich Sache ist. Immer wieder ist von Angeboten die Rede. 15 Millionen Pfund haben wir gelesen. Ich weiß nicht, ob da was dran ist. Ah, okay. Äh, ja. Ah, sehr schön. Ah, ein bisschen stark, aber. Ja. Okay. Komm. Nein. Hier spielt auf das falsche Tor. Nein, natürlich nicht. Ui. Sehr schön durchgelassen. Oh Gott. Philipp Bernal. Philipp Bernal. Sie lassen den Ball gut laufen. Schwer für den Gegner. Oh. Schön. Alexander Masters Tor. Sehr schön. Alter. Da könnte man ihn nicht vom Ball stoppen. Da. Da. Lässt sich nicht fallen. Und was ein Abschluss. Und was ein Abschluss. Sehr schön. Ja. 3-1. Sehr schön. Ja. Ja. Oh Gott. Ja. Ja, also. Die Gäste werden weg. Viel rede ich gerade heute zwar nicht, aber. Sehr schöner Pass. Und. Ball jetzt bei Storage auf dem Flügel. Oh Gott. Da steht er gut und holt sich den Ball. Hm. Die Flanke war nicht souverän. Ruhig. Sehr schön. Hast Zeit? Zeit, Zeit, Zeit. Ich denke immer, die wollen was sagen. Hey. Ach. Schade, komm. Continue. Ah. Ja. Von? Am Rabatt. Oh, ein bisschen riskant. Ah. Okay. Ich glaube, da waren die nicht sich ganz einig. Aber passiert. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Löwe. Alter, halber Schuss. Und? Ah, schade. Ach, Ecke. Ah, sehr schön. Ja. Ja. Hey. Lass ihn doch rein. Mann. Und wer macht's natürlich? Hunter. Gleiche Ecke. Bisschen höher und weiter da. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Und da. Ja. Schön ruhig geblieben. Auch beim zweiten Freistoß hier. Alex Hunter. Der Junge geht. Grad. Mächtig ab. Okay. Kannst ruhig abpfeifen. Bisschen früher. Hat er nichts nehmen. Nein. Er kommt an den Ball. Ah. Nein. Doch. Oh Gott. Komm. Komm. Und jetzt die Chance. Alter. Und? Hä? Die Flanke war alles andere als präzise. Echte. Toll abgefangen. Sehr schön. Ach. Sehr gut aufgefahren. Mist. Ja. Sehr schön. Da wird abgeführt. Ball ja sonst. Ja. Nö. Alter. Komm. Bestimmt jetzt das Interview mit Menü 00. Tja. Scheint so, als kennst du täglich mehr zu Recht, Hunter. Schön zu sehen. Ich find's gut. Richtig gut. Das sieht man auf dem Platz. Gib nicht auf, ja? Ja. Im Moment will ich einfach nur jede Woche besser werden. Gute Haltung, Hunter. Nimm sie ruhig mit und du kommst weiter. Das ist mein Wunsch. Wäre ja nicht so, ob wir die Vorschau schon hatten, ne? 13 Mille sind wir jetzt, wer da, ey. Weiter. Ah, okay. Ist jetzt, ja. Das machen wir noch einfach ein bisschen länger. Ja. Sehr schön. Noch ein paar Pals. Damit wir halt nächsten Part wieder mit, äh, Dings beginnen können. Ja. Äh, hier. Hier ist das. Mit Dings beginnen können. Ein Spiel, genau. X-Solch, ne? Ja. Ach, das ist so schwer, find ich. Ah. Okay. Jetzt direkt so. Oh. Hm. Bam. Und, oh. Oh, das wird schwer. Alter. Sehr schön. Warum soll ich da eigentlich hinpassen? Ah. Oh, Mann. Innerhalb. Bisschen stärker. Oh. Nach nix. Oh. Vielleicht immer ein bisschen stärker, als es soll. Ja. Sehr schön. Exzellent. Machen wir mal. Oh. Bisschen hoch. Okay. Nice one. So. Schieß doch, du. Esel. Fortsetzen, natürlich. Und dann. Alter, 16 Minuten. Okay. Okay. Ähm. Wie viel brauchen wir hier? Okay. Hm. Achso. Oh. Nee. Wollte ich eigentlich nicht. Jo. Oh. Ich glaube auch. Bisschen. Ich glaube auch 1000 oder so. Nee. Sonst hätten wir ein Viertel schon. Hm. Okay. Ah. Wenigstens 200 Punkte. Hm. Ja. Wenigstens dran. Der muss aber. Und? Ach. Hm. Nikolaisa. Hm. Immer wieder leider. Okay. Ach. Hätte ich doch die. Hm. Ach. Naja. Ich hab das. Ach. Okay. Und? Ja. Zwei Versuche. Ja. Hm. Ja. Sehr schön. Und? Naja. In der hinten drin. Weiter. Zweimal fort. Äh. Exzellent. Ja. Und irgendwas ab. Weitschüsse. Okay. Weiter natürlich. Und noch weiter. Ja. Würde ich sagen. Ich freu mich über den Dislike. Weiter haben wir die Meisterschaft. Äh. Äh. Ich freu mich über den Dislike. Und bis denne.